Heute ein ganz heiß diskutiertes Thema hier auf diesem Kanal, Himmel austauschen. Ich hatte ja mal schon ein Video gemacht und habe gezeigt, wie das in Lumina geht. Und seitdem Lumina diese Funktion hat, hat natürlich auch Photoshop nachgezogen. Und ich möchte dir heute mal zeigen, wie du einen Himmel in Photoshop austauschen kannst. Ob du es dann anwendest oder nicht, ist natürlich deine Sache. Es gibt ja ab und zu mal so einen Fall, vielleicht für einen Kundenauftrag oder so, wo man einen Himmel austauscht. Oder du machst gerne Composings, dann ist das natürlich auch eine super Sache, dass du deinen Himmel austauschen kannst. Es gibt auch genug Leute, die sagen, nee, Himmel austauschen möchte ich auch vollkommen okay. Aber wie gesagt, die Möglichkeit gibt es und die möchte ich dir heute mal zeigen. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und natürlich gibt es auch heute im Adventskalender wieder etwas zu gewinnen. Und zwar die Viewfinder App von meinem geschätzten Kollegen Basti Werner, die er entwickelt hat. Da geht es um eine App für Fotografen, für Landschaftsfotografen, um das Wetter vorherzusagen, um nicht mehr umsonst loszufahren. Du kannst zum Beispiel sehen, ob heute Abend himmelsröte ist. Du kannst sehen, ob morgen früh Nebel in welcher Höhe ist und so weiter und so fort. Also richtig cool und dafür gibt es zwei Jahreslizenzen zu gewinnen in dem Adventskalender heute. Alles, was du tun musst, ist unten einmal auf den ersten Link in der Videobeschreibung zu klicken, dort deine E-Mail-Adresse zu lassen und dann bist du automatisch in der Verlosung mit dabei. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und vor allem auch Erfolg. Wenn du in Photoshop deinen Himmel austauschen möchtest, dann musst du erstmal nur das Bild hier öffnen. Das habe ich schon getan. Du kannst auch hier einfach auf der Hintergrundebene weiterarbeiten, denn das kommt alles oben als neue Ebene drauf. Ich gehe hier oben jetzt einmal auf Bearbeiten und sage dann Himmel austauschen. Und dann öffnet Photoshop ein neues Dialogfenster und in diesem Dialogfenster kann ich mir jetzt hier ein Himmel auswählen. Ich habe das gerade eben schon mal gemacht, deswegen habe ich jetzt hier schon einen bestimmten Himmel drin. Das ist tatsächlich ein Standard-Himmel, den es in Photoshop gibt. Aber du kannst natürlich auch deine eigenen Himmel hinzuladen. Also da musst du jetzt nicht auf diese 20 Standard-Himmel von Adobe zugreifen, sondern du kannst auch deine eigenen Himmel fotografieren und diese dann entsprechend einfügen lassen. Wenn du den Himmel tauschen möchtest, dann klickst du hier oben einfach drauf und dann kann man hier auch verschiedene Himmel nehmen. Wir haben zum Beispiel hier blaue Himmel, spektakuläre Himmel und so weiter und so fort. Ich habe mich jetzt hier mal für diesen Himmel entschieden, denn eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Wenn du den Himmel austauscht, musst du immer darauf achten, von welcher Seite kommt das Licht. Und in dem Fall strahlt die Sonne hier von der linken Seite die Berge an. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel keinen Himmel nehmen, wo wir direkt in die Sonne gucken, weil das würde ja eine total andere Richtung sein. Stattdessen so ein Bild wie hier, wo die Wolken jetzt von unten so ein bisschen angeleuchtet werden, also Sonnenuntergangsfeeling, das könnte schon eher dazu passen. Jetzt kann ich hier noch verschiedene Sachen einstellen. Ich kann zum Beispiel die Kante verschieben, wenn Photoshop jetzt nicht die Kanten so automatisch perfekt erkannt hat. Die Kante kann auch noch ein bisschen mehr verblassen. Wenn ich das jetzt hier mal nach oben drehe, dann wirst du gleich in der Vorschau hier so ein bisschen sehen, wie das hier unten quasi so ein bisschen die Kante weicher wird und der Himmel so ein bisschen mehr einblendet. Ich würde insgesamt den Himmel hier noch ein bisschen heller machen, von der Helligkeit her, dass das ein bisschen besser zusammenpasst. Das gefällt mir wesentlich besser, weil gerade eben war der Himmel wesentlich zu dunkel. Jetzt kann man hier auch noch die Temperatur des Himmels so ein bisschen einstellen. Ja, also auch hier könnten wir zum Beispiel die Farbtemperatur mal so auf plus 20 ungefähr stellen. Ich kann auch den Himmel noch skalieren. Wenn ich also nicht immer genau den gleichen Himmel haben möchte, dann könnte ich jetzt den Himmel hier auch skalieren und damit ein bisschen weniger Wolken einblenden lassen. In meinem Fall fand ich das gerade eben aber eigentlich relativ gut. Und ich könnte jetzt auch hier noch den Vordergrund korrigieren. Ich könnte also den Vordergrund entweder noch ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler zum Beispiel machen. Je nachdem, wie es mir gefällt, damit das Bild am Ende auch wirklich gut miteinander verblendet wird. Auch die Farbkorrektur könnte ich jetzt hier noch einstellen, damit das Ganze ein bisschen farblich noch besser zusammenpasst. Gefällt mir so aber eigentlich schon ganz gut. Lasse ich jetzt hier mal so ungefähr bei 27 stehen. Ja, und dann kann ich hier unten das Ganze noch einstellen. Ausgabe als neue Ebene. Das heißt, ich werde das Ganze als neue Ebene hier drüber legen und kann jederzeit auch zum Original zurückkommen. Jetzt klicke ich hier einmal auf OK und dann wirst du gleich sehen, wie hier ein Ordner erstellt wird, eine Gruppe erstellt wird. Himmel-Austauschgruppe nennt die sich. Hier sind verschiedene Einstellungsebenen drin. Hier ist einmal die Maske drin. Hier ist die Vordergrundbeleuchtung noch so ein bisschen drin. Hier sieht man jetzt auch die Ebene mit dem Himmel. Und die kann ich jetzt hier einfach einmal schließen. Und dann kann ich jetzt hier sagen, vorher und nachher. Und so haben wir einmal hier relativ schnell und simpel den Himmel ausgetauscht. Man muss hier ein bisschen aufpassen. Hier sieht man auch so eine kleine Spiegelung im Wasser von dem Himmel. Also ein ganz kleines bisschen Himmel ist hier mit drin. Wenn man jetzt sehr, sehr genau ist, müsste man jetzt hier auch nochmal ein bisschen nacharbeiten. Mache ich jetzt an dieser Stelle nicht. Du weißt jetzt, dass man in Photoshop sehr, sehr einfach den Himmel austauschen kann, wenn man es denn möchte. Viel Spaß damit. Das war es mit diesem Video und ich hoffe, es hat dir gefallen. Du kannst gerne einen Daumen nach oben geben und auch den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Morgen geht es ja direkt weiter. Jeden Tag kommt hier ein Video online in der Weihnachtszeit. Und es gibt auch jeden Tag eine Verlosung. Wie gesagt, heute die Viewfinder-App von Basti Werner. Wenn du da mit dabei sein möchtest und dich noch nicht eingetragen hast, dann hol das jetzt ganz schnell nach. Wie gesagt, erster Link unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.